Sind US-Staatsanleihen aufgrund der exzessiven Verschuldung der USA und der gestern erfolgten Abstufung durch die Rating-Agentur Fitch der nächste große Short oder sind es vielleicht doch die zuletzt so heiß gelaufenen Aktien, vor allem aus dem Tech-Bereich? Heute ja Amazon und Apple nachbörslich mit den Zahlen, dann wissen wir schon ein bisschen mehr. Aber es ist schon eine interessante Situation. Die Märkte sind nervös, trotz des so angeblich lächerlichen Downgrades durch Fitch, was die Bonität der USA betrifft. Das hat durchaus Spuren an den Märkten hinterlassen und wir schauen uns mal die derzeitige Lage an. Wie ist eigentlich die Situation? Goldilocks gegen Stagflation oder Rezession? Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage. Kriegen wir also eine super Landung der Wirtschaft in den USA oder gar keine Abschwächung? Inflation geht nach unten, erstes Szenario oder kommt ein Szenario, wo die Inflation hartnäckig bleibt, die Wirtschaft aber nicht mehr wächst oder kommt sogar ein Szenario, wo eben die Inflation bleibt und die Wirtschaft nicht stagniert, sondern sogar schrumpft. Das werden wir vielleicht in einiger Zeit wissen. Heute hatten wir schon erste Aufschlüsse darüber, der ISM-Dienstleistungsindex und Dienstleistung ist ja enorm wichtig in den USA. Der war ein Ticken schwächer als er erwartet, aber immer noch Wachstum. Aber hier sehen wir mal die Prices Paid, 56,8. Das ist ein Wiederanstieg der Preise. Das heißt, die Preise steigen wieder schneller, während Beschäftigung nachlässt und auch die neuen Orders ein bisschen nachgelassen haben. Also die Auftragseingänge. Das ist schon interessant, denn am Dienstleistungssektor hängt derzeit das Wohl und Wehe der US-Wirtschaft, nachdem der Gewerbesektor ja schon bereits in der Kontraktion ist. Und hier sehen wir nochmal, dass jemand sich Sorgen macht. Etwa Chris Williamson, der sagt, naja, also wir haben eine Wiederbeschleunigung der Preisanstiege. Und das dürfte wohl meistens damit zusammenhängen, dass die Löhne stärker gestiegen sind. Das heißt, die Firmen müssen ihre Mitarbeiter stärker kompensieren für ihre Arbeit oder entlohnen für ihre Arbeit. Und das dürfte eine Naturally Worry Policymakers sein. Also das dürfte die Notenbanker etwas beunruhigen, dieser Trend, dass da wenig Wachstum ist, aber sehr viel Preisdruck. Und die Fed hat in Gestalt von Richard Barkin, der Richmond-Fed-Chef, oder Thomas Barkin heißt er ja, hat heute gesagt, also dieser Rückgang der Inflation, den wir derzeit sehen, das ist doch ein Signal für das Soft-Landing der US-Wirtschaft. Aber ist dieser Rückgang wirklich der Fall? Wir werden in genau einer Woche die neuen Inflationsdaten bekommen, dann aus Juli. Und im Juli hatten wir ja deutliche Anstiege etwa der Energiepreise. Und die Frage eben Soft-Landing, Goldilocks oder Rezession, Stagflation, da ist Christoph Barou. Ich bin ja nicht religiös veranlagt, aber ich halte von Christoph Barou sehr, sehr viel, wenn Christoph Barou etwas sagt. Er ist der Top-Forkaster seit Jahren bei Bloomberg ausgezeichnet, weil seine Prognosen für Konjunkturdaten eigentlich fast immer stimmen. Ich habe eine solche Trefferquote noch nie erlebt, also da bin ich fast religiös veranlagt. Und der sagt, also schauen wir uns mal die Realität an. Die Konsumenten werden signifikante Probleme bekommen. Erstens, die Energiepreise sind deutlich gestiegen. Gasoline-Priise, Benzinpreise in den USA zuletzt deutlich gestiegen. Die Haushalte haben immer weniger Ersparnis. Das ist jetzt praktisch aufgebraucht, was wir an Stimulus-Checks hier hatten. Denn wir sehen, dass die Vergabe von Krediten sich deutlich abgeschwächt hat und wahrscheinlich nicht bald sich wieder erholen wird, weil die Kreditkonditionen sich verschärft haben. Jetzt kommt die Rückzahlung der Studentenkredite für 43,8 Millionen Amerikaner. Das wird ein Belastungsfaktor. Dann sehen wir, dass die Kapitalkosten gestiegen sind, die Renditen sind gestiegen. Das heißt, Geld wird immer teurer. Und wir sehen ja diese Probleme bereits im Gewerbeimmobiliensektor, im Immobiliensektor. Und all das in einer Situation, in der fiskalischer Boost, fiskalischer Stimulus eigentlich nicht mehr drin ist angesichts der Entwicklungen, die wir derzeit sehen, mit dieser ohnehin schon exzessiven Verschuldung. Also mal gucken, was passieren wird. Wir haben heute dann von der Trucker-Vereinigung in den USA die Meldung bekommen, dass wir den stärksten Rückgang in den Frachtvolumina, wie auch in den Investitionen hier hatten, seit Anfang der Pandemie. Also in allen Bereichen, sagt man, ist das rückläufig gewesen im zweiten Quartal. Und solche Transporte sind ja absolut zentral, sind ein super Indikator aus meiner Sicht für die Wirtschaft. Und hier sehen wir die Abschwächung. Und Arturo Estrella, ein Harvard-Ökonom, hat ein Rezessionsmodell vor einigen Jahren entwickelt. Und die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA in den nächsten zwölf Monaten, sagt er, liegt bei 99,82%. Das ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, meine Damen und Herren. Es gäbe also ein Restrisiko von 0,18% für eine weiche Landung, die von der Wall Street aber als Basisszenario angenommen wird. Und auch von der Fed, interessanterweise. Also mal sehen, wer recht hat. Und wenn wir jetzt zur Frage kommen, naja, Aktien und Anleihen, dann sind wir hier mal an den Chart von Thomas Harz hier, S&P 500 und TLT. TLT ist ein ETF auf langlaufende Anleihen, US-Staatsanleihen. Und hier sehen wir, dass der S&P deutlich besser gelaufen ist als eben diese Staatsanleihen. Wenn hier TLT nach oben geht, dann fallen die Renditen. Wir sehen aber in letzter Zeit, dass die Renditen massiv gestiegen sind. Das ist auch ein Problem wieder für die Banken, die ja gerade unter diesen Renditeanstiegen zu leiden hatten, weil praktisch ihre Anleihen, die sie in Nullzinszeiten gekauft haben, ein Problemchen bekommen. Es sind unrealisierte Verluste da. Aber hier sehen wir mal, Aktien im Vergleich zu Anleihen sehr, sehr gut gelaufen. Da ist jetzt die Frage, wie geht es weiter? Und wir haben ja jetzt zuletzt vor allem wieder eine extrem starke Korrelation zwischen den Aktienmärkten und Renditen. Mithin, also steigen Renditen, fallen die Aktienmärkte und umgekehrt. Und Bill Eggman hat ja indirekt gesagt, das ist der nächste große Big Short, der da kommt, nämlich US-Staatsanleihen. Er will die 30-jährige US-Staatsanleihe schochten, während Warren Buffett gesagt hat, also wir kaufen weiter US-Staatsanleihen, das was wir immer gemacht haben. Wer hat recht? Buffett wiederum sagt, naja, mit den Aktien habe ich auch so mein Problem, weil die sehr teuer sind. Sichtbar auch am Buffett-Indicator, der jetzt wieder deutlich weit über historischen Normen ist. Also praktisch die Marktkapitalisierung der Aktienmärkte in Relation zum BIP der USA. Und hier sehen wir mal, die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe heute auf 4,19% weiter gestiegen. Also wir sehen, das ist so eine bullische Wedge, die sich hier nach oben aufgelöst hat. Jetzt hat der S&P 100% verloren seit dem Downgrade durch Fitch. Wir sind jetzt also wieder deutlich über der 4%-Marke bei den Anleihen. Und das letzte Mal, als wir deutlich über 4% gestiegen sind, da sind die britischen Pensionsfonds fast in die Luft geflogen. Und im März diesen Jahres die Regionalbanken fast in die Luft geflogen. Also das schafft Probleme. Und diese Probleme resultieren daraus, dass die Amerikaner, die amerikanische Regierung, immer mehr Geld leiht, immer mehr Anleihen emittiert und gleichzeitig dieses Geld leiht immer teurer wird. So haben alleine die Zinslast der Amerikaner oder des amerikanischen Staates, das hat sich jetzt in relativ kurzer Zeit mal eben verdoppelt auf 969 Milliarden Dollar. Das ist eine Menge Holz. Und hier sehen wir mal das Grundproblem des amerikanischen Staates. Wir haben jetzt im Juni Ausgaben des Staates von 646 Milliarden Dollar. 100 Milliarden Dollar mehr als zuvor im Vormonat. Unexpected, unexpected, also das war eine Überraschung. Während die Steuereinnahmen um 9,2% von 461 Milliarden auf 418 Milliarden gefallen sind. Da haben wir also eine ziemliche Unterdeckung. Die Einnahmen gehen zurück, die Ausgaben gehen nach oben. Und die Folge ist, dass Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, gerade mit längeren Laufzeiten, jetzt die schlechteste Woche bisher seit Jahresanfang haben. Und Jeff Gundlach weist darauf hin, naja, was passiert denn erst mal, wenn wir ein solches Defizit haben, ein solches Defizit produzieren als amerikanischer Staat? Was passiert denn erst, wenn dann die USA mal in einer Rezession ist, die Wirtschaft der USA in einer Rezession ist? Da darf man gar nicht drüber nachdenken. Das kann dann eigentlich nicht mehr funktionieren. Derzeit, die Zinskosten schon fast eine Billion. Die dürften, wenn es so weitergeht, bald bei zwei Billionen liegen. Das US-BIP ist so bei 22 Billionen in einem Jahr. Und ohnehin noch mal, es sei noch mal gesagt, dass diese Abstufung durch Fitch nicht lächerlich ist, sondern nach allen Kriterien, höhere Verschuldung der USA, Interest-to-Revenue-Ratio, also das, was man an Zinsen bezahlt in Relation zu den Einnahmen, die Relation Schulden zur Wirtschaftsleistung. Überall da ist die USA mit Abstand das schlechteste Land bei diesen vormals noch AAA-gerateten Staaten. Das zweitschlechteste übrigens Deutschland. Mal sehen, wann dann die Abstufung auch für Deutschland kommt. Aber was kaum auf dem Zeiger der Märkte ist, gestern hat Fitch dann auch im Gefolge des US-Ratings auch mal eben Fannie Mae und Freddie Mac abgestuft. Diese beiden Hypothekenfinanzierer, diese semistaatlichen Hypothekenfinanzierer. Und dadurch sehen wir massive Verluste bei Mortgage-Backed Securities, also bei diesen Hypotheken-besicherten Anleihen. Diese gelten als Collateral, also als Sicherheitshinterlegung für aufgenommene Kredite. Wenn jetzt mein Collateral, meine Sicherheitshinterlegung weniger wert wird, dann könnte das ein Problemchen darstellen. Und gestern sind ja auch die Aktienmärkte ein bisschen nervös geworden. Der Nasdaq ist so stark gefallen wie seit Februar 2021. Nicht mehr war auch der schwächste Index gestern in den USA. Und das in einer Situation, in der die Privatinvestoren in den USA wieder bullischer werden. Jetzt 49% Bullen bei nur noch 21,3% Bären. So wenig Bären haben wir seit Jahren nicht mehr gesehen, während die Vermögensverwalter, die aktiven Vermögensverwalter, jetzt deutlich Positionen abgebaut haben. Die waren kürzlich in der Vorwoche noch mit knapp über 100% investiert im Markt. Jetzt sind es nur noch 78,46%. Also da haben ein paar schon die Reißleine gezogen. Aber alles fokussiert sich jetzt so ein bisschen natürlich schon auf Apple und Amazon. Das wird sehr, sehr wichtig. Wir haben heute Infineon, die 10% verloren haben, weil der Margendruck offenkundig sehr, sehr hoch ist. Das hat die Aktie ganz schön runtergeprügelt. Ähnlich wie Qualcomm, das sehr, sehr stark aktiv ist in China. 64% der Umsätze sind in China generiert. Das wirft natürlich auch die Frage auf, was passiert mit Apple und den Zahlen in China, die die Kalifornier dort schreiben, denn Greater China ist der zweitwichtigste Markt nach den USA für Apple. Und das bei einer Bewertung dieser Magnificent Sevens, wo muss es heißen, aber irgendwie ein Knoten in der Zunge, meine Damen und Herren, von 43. extrem teuer und JP Morgan gestern nochmal das Kursziel von Apple raufgenommen. Und das, obwohl der größte Umsatzrückgang seit 2016 erwartet wird bei Apple. Die Aktie gestern hat sich am Aufwärtstrend gefallen, heute leicht im Minus. Amazon dagegen leicht im Plus vor den Zahlen. Hier sehen wir das nochmal. Das dürfte der dritte Rückgang werden, Umsatzrückgang in Folge. Aber der Preis der Aktie ist immer weiter gestiegen. Das dritte Quartal, fiskalische dritte Quartal ist es ja für Apple, ist meistens ohnehin relativ schwach. Bei Amazon wird man drauf achten, Streaming, Advertising dürfte gut sein, aber Consumer und Enterprise Spending dürfte schlechter sein. Also die Ausgaben der Konsumenten und der Firmen, der Firmen vor allem über die Cloud und so weiter, da wird man besonders drauf achten. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Übrigens bei Apple ist es so, dass die implizierte Volatilität für Put-Optionen derzeit einer der niedrigsten Stände aufweist. Das heißt, es wäre noch nie so günstig praktisch gewesen wie jetzt, sich gegen einen Fall der Apple-Aktie abzusichern mit Putz, weil keiner mit fallenden Kursen rechnet. Ist auch erstaunlich angesichts dieser so niedrigen Bewertung der Apple-Aktie. Aber schauen wir mal, wie es da geht. Aber auch vielleicht haben europäische Aktien, Value-Aktien insgesamt ein Problem. Hier sehen wir mal den City Economic Surprise Index, also den Index der abweichenden Erwartung der Konjunkturdaten in der Eurozone. Und wir sehen auf der anderen Seite MSCI Europe Value Index. Das driftet ziemlich auseinander. Also die Aktienmärkte sind viel optimistischer als die Daten, das bisher hergeben. Wir sehen, dass die Erzeugerpreise massiv jetzt runterkommen. Minus 3,4 Prozent. Das ist schon heftig, was hier passiert ist. Seit zwei Monaten gehen die Erzeugerpreise zurück. Das könnte bedeuten, dass wir in der Eurozone, die wirtschaftlicher viel schwächer aufgestellt ist und viel weniger Stimulus hatte, bald sogar deflationäre Tendenzen erleben. Nicht in den USA, aber zumindest in der Eurozone. Die EZB hat damals den Anstieg der Erzeugerpreise ignoriert. Jetzt ignoriert sie den Fall der Erzeugerpreise, der aufhindeutend, dass wir eine breit gefächerte Rezession erleben. Davor warnt jetzt auch die staatliche Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen, immerhin ja mit Abstand das bevölkerungsreichste Bundesland. Hier sehen wir mal, wie das Geschäftsklima hier nach unten geht. Die Rezession nimmt Fahrt auf, so hat man es hier wörtlich formuliert. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen, wie fast immer eigentlich. Apple und Amazon, was ist wichtig heute? Worauf sollten Sie achten? Wie ist die Erwartung? Hier schon mal zur Vorab-Info. Wie gesagt, ab 22 Uhr sind wir bei Finanzmarktwelt dabei. Die Zahlen von Apple kommen, glaube ich, um 22.30 Uhr. Amazon müsste früher sein, wenn ich das sehe. Also, erste Empfehlung, sich mal informieren, was da zu erwarten ist. Dann der neue Big Short US-Staatsanleihen. Bill Ackman sagt, ja, da einige interessante Daten in diesem Artikel. Zweite Empfehlung, oder sind vielleicht doch Anleihen jetzt kaufenswert und man sollte die so heiß gelaufenen Aktien verkaufen. Auch dafür gibt es gute Gründe, die in diesem Artikel hier, Big Short US-Staatsanleihen? Fragezeichen, dargelegt werden. Also, drei Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt auch und sage, Servus, ciao.